Also es macht natürlich Sinn, eine gewisse Accountability zu haben für bestimmte Projekte oder Arbeitsprozesse, aber die Kritikpunkte sind halt vielleicht, dass es sehr schnell abdriften kann in ungute Prozesse, die wir immer wieder erwähnen. Also wenn ich jetzt ein Scoreboard sozusagen nehme, auf das ich vielleicht nicht die richtigen Metriken nehme, wie du es jetzt schon gesagt hast mit, ja, war ich pünktlich da, habe ich meine 8,5 Stunden brav vor dem Computer verbracht oder sonstiges, dann ist das natürlich sehr schlecht, so ein Scoreboard auf sowas aufzubauen. Und auf der anderen Seite dann dieses Scoreboard wöchentlich reviewen zu müssen wieder, kann halt auch in einem schlechten quasi weiteren Denk- und Arbeitsprozess führen sozusagen. Das heißt, da muss man glaube ich sehr vorsichtig sein, dass man das nicht übertreibt mit dem Scoreboard, dass man die ganze Arbeit und den Erfolg des Teams nur auf so ein Scoreboard irgendwie runterbricht. Und was natürlich richtig ist und auch wichtig ist zu wissen, ist welche Metriken man halt für sein Team festlegt und wie man diese quasi überprüft. Aber ich glaube, da kann man sehr schnell abdriften in quasi ein bisschen Micromanagement, wenn man dieses Scoreboard zu detailliert macht und dann ständig hören möchte, ob man alle Checkboxen irgendwie geschafft hat bei dem Scoreboard.